Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaft Simulator 22. Wir spielen Big Farm, unser Großprojekt hier auf Neubartelshagen und wir stehen hier vor einer neuen Verkaufsstation, die ich platziert habe. Einfach aus dem Grund, wir haben bei unserem Händler des Vertrauens einen entsprechenden Rabatt bekommen, wenn wir hier aus dieser Station große, will große Mengen hier abnehmen und die müssen wir auch abnehmen, denn ich bin jetzt hier am Kalken und ihr seht, ich habe schon hier einiges abgearbeitet, denn wir sind im Februar angelangt. So, wir kalken hier, schmeißen den Motor an und bringen mal das Gefährt hier zum nächsten Feld, wo wir noch kalken müssen. Und dann möchte ich auch jetzt schon im Februar anfangen, als nächstes mit Gärresten unsere Felder schon mal zu düngen oder anzufangen zu düngen und mit Gärresten hier also schon zu arbeiten und dafür werden wir ein Güllefass brauchen. Und das werden wir uns dann gleich kaufen beim Händler. So, aber zuvor bringen wir hier mit dem Streuer hier, mit dem Dünge- und Kalkstreuer, bringen wir erstmal hier unseren Schlepper an den Start. Rechts die zwei Felder sind ready. Hier seht ihr auch, dieses Grasfeld habe ich auch schon gekalkt und wenn man da reinguckt, ja, allein durchs Kalken hat sich hier der Ertrag schon mal um 15 bis 20 Prozent erhöht, der zu erwartende Ertrag. Und hier muss noch gewalzt werden, aber das machen wir dann erst nach der nächsten Ernte oder beziehungsweise nach dem ersten Gras-Schnitt, denn, ja, es ist ja noch im Wachstum. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir dann im April hier entsprechenden, ja, Schnitt durchführen können. So, dann werden wir dieses Feld hier noch zu Ende kalken und dann schauen wir mal. Da hinten haben wir nämlich auch noch unser Feld und das werden wir vermutlich auch noch kalken müssen. Jo, dann bringen wir hier den Helfer an den Start und lassen ihn mal arbeiten. Und in der Zwischenzeit gehen wir zu unserem Fendt. So, erstmal den Motor starten und dann fahren wir mal hier rüber zu unserem Händler und dann schauen wir einfach mal, was wir haben, was wir kaufen können als Güllefass. So, in der Zwischenzeit war auch schon mal ein gutes Angebot beim Gebrauchtwagenmarkthändler und Gebrauchtwarenhändler. Und da habe ich hier diesen Wender bekommen zu einem günstigen Preis und den habe ich mir uns schon mal geholt, weil wir wollen ja auf jeden Fall irgendwann auch mal mit den Kühen arbeiten. Und dazu brauchen wir auf jeden Fall Heu und mit dem Wender können wir dann eben Heu auch machen. Okay, lasst uns mal kurz schauen unter Güllefässer, Fässer. So, da haben wir hier die Standardfässer im Prinzip mit 15,5 Kubik und dann haben wir hier einmal 18 Kubik, 95.225 PS. Hm, ich habe ganz da hinten ein Mod heruntergeladen und was gefunden. Hier gibt es den Farmtech nämlich als Modifikation. So, 15,5 Kubik sollte uns erstmal reichen am Anfang. Dann müssen wir halt einfach ein bisschen häufiger nachtanken. Aber wo wir hier auf jeden Fall ein bisschen Geld sparen können, zumindest mal am Anfang, ist dieses Schleppschuhgestänge. Auf das könnten wir eigentlich am Anfang erstmal verzichten. 18.000 dann gespart. Und dann nehmen wir hier natürlich noch das John Deere Manual Sensing dazu. Und dann sind wir bei knapp 70.000. Ja, wie gesagt, 235 haben wir jetzt erreicht. Wie wir da hingekommen sind, das werde ich euch dann auch noch gleich erklären. Denn ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Mais verkauft, nicht alles. Das zeige ich euch später gleich noch, warum. Okay, aber jetzt, ich denke, das Ganze werden wir so machen. Wir haben den Desensing. Wir lassen erstmal das Schleppgestänge, die Schläuche hier weg. Und werden erstmal so arbeiten, denn wenn wir das Fahrzeug oder diesen Hänger haben, können wir ja später immer noch modifizieren. Okay, Kennzeichen, das passt soweit. Das lassen wir. Okay, ja, dann würde ich doch sagen, dann kaufen wir das Ganze. So, da steht das gute Stück. Da steht auch noch ein bisschen Siliermittel von unserer großen Häckselaktion. So, und dann mal hier mit dem Fendt ran. Jupp. Sehr schön. So, dann fahren wir mal zu unserer kleinen BGA und werden hier mal auftanken. Ja, zu der BGA und der Kombination mit dem Fermenter-Silo habe ich auch noch gleich eine Information. Da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir das am geschicktesten machen. Jupp, er tankt auf. In der Zwischenzeit schauen wir mal, wie weit er ist. Ah ja, letzte Bahn. Okay. So, und dann werden wir das Feld dahinter noch machen. Aber da zeige ich euch auch gleich was, wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. So, da gehen wir ein bisschen nach oben. Ich habe jetzt hier noch die entsprechenden Flächen hier gemalt, sodass wir also jetzt eindeutig unsere Flächen, die wir dann später bewirtschaften, auch eingeteilt haben. Und hier habe ich dann, oder hier wird es dann später dann auch einen Fahrweg geben, damit wir da entweder mit dem Drescher oder Ähnliches dann oder am Abfahrer dann auch hinkommen. Und was dieses Feld jetzt angeht, da habe ich jetzt noch nichts gemacht. Aber ich denke, das werden wir jetzt dann auch gleich noch kalken. Und in der Vergangenheit habe ich dann auch hier bei unserem Projekt Reloaded, habe ich dann auch hier das Feld unterteilt, damit man dann hier drüben dann auch entsprechend ein großes Feld zum Arbeiten hat. Und das, weil es dann so weit weg ist von unserem Hof, da habe ich dann auch ein Grasfeld draus gemacht, weil man einfach mit dem Grasfeld erstmal vom Prinzip her am wenigsten Arbeit hat. So, ich bin halt am überlegen, weil wir hier das Problem haben, dass es natürlich eine Schräge hat und die Schräge ist nicht ganz die, die der Helfer abfährt. Und da muss man dann immer ein bisschen dran arbeiten. Deswegen denke ich oder überlege ich gerade, ob wir hier eventuell das Feld hier auch gerade ziehen. Dann haben wir hier links ein schönes, normales, rechteckiges Feld für unsere Helfer. Und dann machen wir hier drüben rechts einfach auch ein Grasfeld. Oder wir haben es dann später eventuell für irgendwelche Hoferweiterungen, können es dann entsprechend nutzen. Ja, machen wir uns mal später noch Gedanken, was wir dann jetzt auch hier dann anpflanzen werden im März. Da muss ich mir auch noch Gedanken machen, ob wir da auch erstmal mit einem Grasfeld arbeiten. Aber dann haben wir hier jede, jede, jede Menge Gras. Denn diese zwei Grasfelder sind ja auch noch da. Und die bringen ja auch jede Menge Gras. Und da sage ich euch auch gleich was dazu. Aber jetzt erstmal bringen wir ihn hier nochmal zurück zum Hof. Werden ihn nochmal aufladen oder auffüllen mit Kalk. Und dann denke ich, werden wir das große Feld da hinten auch noch schnell kalken. Naja, wobei schnell ist ja immer relativ hier in unserem Big Farm Projekt. Denn sind natürlich hier mit diesen, das ist ja nur der kleine Streuer, mit diesen Geräten fährt man dann schon einige Male öfters übers Feld. Und naja, also da müssen wir noch dran arbeiten. 165.000 haben wir jetzt noch. Und es gibt natürlich noch viel, viel, viel zu kaufen und viel zu machen. Wie gesagt, eben auch hier der Schönbau. Das wird erst später erfolgen. Denn malen kostet uns erstmal nichts. Aber wenn wir natürlich dann auch Gras anbringen oder Gras malen, dann, ja, das geht dann schon ganz schön ins Geld bei den Flächen, die wir hier bearbeiten. Aber keine Sorge, wir haben Zeit in unserem Spiel oder beziehungsweise in unserem Projekt. Und da wird dann alles noch richtig schön gemacht. Und wer mal die letzten Folgen sich Reloaded noch angesehen hat, zum Beispiel auch, wo wir nach 350 Stunden Spielzeit, ja, also jetzt müssen wir gerade mal schauen. Ich glaube, hier sind wir bei 2 oder bei 25 Stunden. Und Reloaded war ich bei 350 Stunden. Dann sieht man natürlich schon, wo man hinkommen kann, wenn man die entsprechende Zeit investiert. Dann haben wir jetzt 3, 4 Felder gekalkt. Das kleine Gasfeld, das lassen wir jetzt erstmal noch außen vor. Ja, hier ist dann noch eine schöne große Fläche, um zum Beispiel dann noch, ja, Gerätschaften abstellen zu können, wenn wir hier am Arbeiten sind. Gut. So. Das müsste so passen, ja, das passt sogar sehr genau. So, den Thresher brauchen wir nicht. Er ist voll. Dann bringen wir den jetzt auch mal hin. Ach, ja, was ich noch ganz kurz, na, das können wir machen, wenn er fährt. Weil wir haben natürlich auch noch ein Thema, und zwar die Kombination, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, zwischen dem Fermenter-Silo und der BGA. Also das Fermenter-Silo kommt nicht hinterher. Es ist etwa deutlich langsamer, als dass die BGA die Silage verarbeiten könnte. Und da bin ich jetzt fast immer überlegen, ob wir eventuell zum, zur Grasernte, dann vielleicht doch noch ein oder zwei, ja, Durchfahr-Silos platzieren. So, jetzt schauen wir mal. 15 Meter. Ja, das passt so. Lassen wir ein bisschen Rand, kein Problem. So, weil ich zeige euch das mal ganz kurz hier in der Produktion. Hier haben wir ja unser hessisches Fermenter-Silo, das ja auch die ganze Zeit am Arbeiten ist, schon seit zwei, drei Monaten. Und ihr seht es am Häckselgut, der stand 1200 Liter. Ich glaube, wir waren irgendwo bei knapp 5, oder 1,5 1200. Ich glaube, das habe ich schon in der letzten Folge falsch gesagt. 1,2 Millionen Liter natürlich. Und wir sind gestartet irgendwo, glaube ich, bei 1,5 Millionen Liter. Und das heißt, das Material, was da drin ist, das reicht uns ja zum Verarbeiten bis auf jeden Fall in den nächsten Winter hinein. Und wenn wir hier dann noch kräftig Gras reinwerfen, hm, so, hups. Und während hier, die BGA, die arbeitet fleißig vor sich hin. Gärreste haben wir ja auch schon 60.000 Liter drin. Und ja, da ist also jede Menge Luft noch nach oben. Die könnte also deutlich mehr abarbeiten. Denn die Silage, ihr seht es, das geht dann schon relativ flott dann runter. Und das kommt hier jetzt nicht unbedingt nach. Also da können wir mit Sicherheit noch einiges, da haben wir noch viel Potenzial zum Verbessern und zum Ertragssteigern. Denn im Endeffekt bringt die uns doch auch gut Geld. Mal schauen. So, verkaufte Produkte im letzten Jahr 85.000. Ja, dazu gehört eben dann auch das entsprechende Material. Genau, weil im Januar, doch im Januar habe ich auch Mais verkauft. Und im Dezember habe ich Mais verkauft. Ach, da wollte ich euch ja auch noch was dazu sagen. Weil das fand ich dann auch relativ interessant. Die beste Zeit für den Maisverkauf sollte ja eigentlich im Januar sein. Dann habe ich im Dezember schon mal angefangen, zwei, drei Fuhren wegzubringen. Habe dann auch gedacht, okay, das wird im Januar noch ein bisschen mehr. Ja, Pustekuchen. Im Januar war dann der Preis bereits wieder gefallen. Nämlich unter 500 pro 1000 Liter. So, und ihr seht es jetzt auch. Wir sind jetzt im Moment bei 376. Deswegen habe ich jetzt auch noch nicht allen Mais verkauft. Wir haben noch einiges im Bunker, im Silo. Und das soll dann auf jeden Fall im Juli verkauft werden. Und dann sehen wir mal, wie sich dann die Preise bis dorthin entwickeln. Okay. So. 32 Prozent. Also das heißt, der schafft keine zwei Bahnen. Dann machen wir das ein bisschen anders. Dann werden wir immer hier hinten eine Bahn runterzufahren. Und dadurch sozusagen den Fahrweg mit der Zeit verkürzen. So, und dann fahren wir einfach mal übers Feld vom Nachbarn. Aber er wird es uns verzeihen. Er wird es uns verzeihen. Dafür machen wir dann auch gerne mal einen Nebenauftrag oder einen Auftrag für ihn. Und helfen ihm dann zum Beispiel bei der Ernte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jep, er macht das soweit richtig. Dann gehen wir mal zum anderen Kollegen. Okay. Oh, 65 Prozent hat, ja, ist jetzt schon in der dritten Bahn. Also anscheinend auf diesem Feld brauchen wir nicht ganz so viel Kalk. Also da ist er wesentlich sparsamer. Ja, da kommen wir dann schon weit hin. So, und dann denke ich mal, dass wir da unten vielleicht dann die Querbahn fahren. Müssen wir mal schauen. So. 20, also das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall nochmal runterkommen. Und dann, wie gesagt, verkürzen wir dadurch den Weg. Und dann haben wir nicht mehr ganz so weite Fahrstrecken, wenn wir den auftanken. So. Gut. Dann übernehmen wir hier einfach mal und fahren in Stücke noch ein bisschen selber ab. So. Tempobad rein. Und dann machen wir hier mal die Schräge. Ja, aber die kann, wie gesagt, der Helfer nicht fahren. Das passt nicht ganz in den Fahrweg. Gut. Ja, wie gesagt, da bin ich nochmal überlegen, was wir hier mit diesem Feld machen. Also ob wir da zunächst erstmal Gras ansehen. Und dieses Feld dann erstmal für sich sozusagen laufen lassen. Und da bietet sich ja dann auch, es bietet sich ja sozusagen an, weil ja am 21. März kommt ja das neue DLC mit dem Göweil. Oder das Göweilpack mit den entsprechenden Ballentwicklern, mit der Ballentechnik, mit der zusätzlichen. Und dann wäre das ja prädestiniert, weil hier wird jede Menge Gras dann zu mähen sein. Und dann können wir uns natürlich überlegen, weil das wäre die Alternative zu dem Fahrsilo, was ich vorhin angesprochen habe. Aber dass wir eben dann auch Rundballen wickeln und die dann eben zur BGA bringen und dort verkaufen, um jetzt erstmal gut Geld ins Haus zu bringen. Damit wir eben zügigst unseren Kuhstall dann auf unseren Hof, auf unseren zukünftigen Hof, auf das Hofgelände bekommen. Ja und da wäre wie gesagt das Göweilpack interessant, zum Beispiel mit dem stationären Wickler. Das wäre eine Option. Ja, aber, ja, müsste man dann mal ausprobieren. So, 37. Lassen wir ja nicht in den Wald reinfahren. 37, gar nicht mal schlecht. Also da werden wir, denke ich, nur einmal nochmal Kalk holen müssen. Dann können wir das Feld zu Ende bringen, zu Ende kalken. So, dann machen wir hier noch ein Vorgewende. Wie weit ist, genau, wollte ich gerade sagen. Er ist leer. Gut, dann holen wir die nächste Fuhre Gülle. So, nebendran beim Nachbarn, da steht das Unkraut. Habe ich aber vorhin auch reingeguckt. Also Aufträge gibt es jetzt im Februar nicht. Und ich schaue jetzt einfach mal, dass wir die Gärreste soweit verarbeiten. Und dann wäre eigentlich auch erstmal für den Februar alles gegessen. Und im März können wir dann die ersten Fruchte oder Fruchtsorten wieder ansehen. Aber nicht Gerste und Hafer. Das geht ja erst in Mitte des Jahres. Und da bin ich dann überlegen, ob wir dann auf dem großen Feld da hinten, was wir gerade vorhin gekalkt, fertig gekalkt haben, ob wir da dann eventuell Hafer erstmal ausbringen. Denn wenn wir in die Viehzucht einsteigen wollen, brauchen wir definitiv auch Stroh. Und Hafer wäre eine Option, die wir eben im März ansehen kann. Und Hafer bringt uns auch Stroh im Gegensatz eben zu Sorgumherse. So, das Feld hier vorne uns, direkt vor uns, da werden wir mit Sicherheit auch wieder Mais ansehen. Und das Feld, wo wir gerade düngen, da habe ich eigentlich beabsichtigt, Sonnenblumen sollen da erstmal drauf kommen. Sonnenblumen können wir nämlich auch im März aussäen. Mais erst dann im April. Dann bringen wir den hier oben wieder an den Start. So, bingo, das sollte passen. Ja, passt sogar ziemlich genau, oder? Ja, sehr gut. So, wie weit ist denn unser Kalker? 17 Prozent. Ja, also hier auf dem Feld kommt man sehr weit mit dem. Das war jetzt bei den anderen zwei Feldern nicht. Da mussten wir deutlich früher nachtanken. Ja, und dieses Feld eben da oben, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob wir dann das gesamte Feld eben Hirse ansehen oder eben dann nur ein Teil und dann später eben dann Getreide. Eine andere Option wäre natürlich auch zu sagen, dass wir, wie gesagt, dieses Feld hier noch ein bisschen bearbeiten und einteilen und dann den Teil eben Gras lassen und dann hier auf dieses Feld dann nach dem ersten Schnitt dann eventuell Weizen oder Gerste ansehen. Auch das ist eine Option. Aber wir werden dann einfach mal sehen, wie sich das hier entwickelt, wie sich das auch finanziell entwickelt. Wir brauchen definitiv dann noch eine Einzelseekornmaschine für den Mais und die Sonnenblumen und für den Hafer haben wir ja schon eine Saatmaschine ja angeschafft, die auch eine Gruberfunktion hat, also sozusagen eine Direktsaatmaschine. Deswegen habe ich auch hier noch nichts gemacht, was Stoppelsturz oder Grubern angeht. Auf den zwei anderen Feldern, die habe ich schon bearbeitet, eben dann für Mais und Sonnenblumen. So. Und dann würde ich mit dem jetzt schon mal wieder zurückfahren und nochmal Kalk holen. Dann sind wir nämlich auch mit dem Feld fast fertig. So, aber jetzt erstmal nochmal ganz kurz einen Blick werfen, wo unser... Ah, ich habe es geahnt. Sehr gut. Das ist ja genau das richtige Timing. So, dann darf er nämlich hier wieder... Bingo 36. Das heißt, dann macht er wieder drei bis vier Bahnen. Das passt sehr gut. So, dann wieder in unseren Case gestiegen. Und dann mit dem nochmal Kalk geholt und dann das Feld da hinten fertig machen. So, das war jetzt ein kleiner Überblick über das, was die letzten zwei, drei Monate hier auf der Map passiert ist in unserem Projekt Big Farm. An der Stelle darf ich mich auch wieder recht herzlich bei euch bedanken. Bei allen, die mir ein Abo dagelassen haben, die den Kanal abonniert haben, die mir ein Däumchen dagelassen haben. Das hat mich wieder mal sehr, sehr gefreut. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ansonsten würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr auch in den nächsten Folgen wieder einschaltet hier bei mir auf unserem Projekt Big Farm oder bei unserer schönen Alpen-Map Neu-Mini-Brunnen. Auch da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich sage bis dahin, wie immer mit Blick auf den Case. Tschüss, ciao, tschüss, joo. Bis zum nächsten Mal. Euer Baden Farmer. Euer Baden Farmer.